horchke lindens bei kfz 40 schön dass ihr eingeschaltet habt heute geht es wieder um den slk 230 kompressor wo ich letztens noch einen fake amg bodykit geholt habe und jetzt wieder schon eingepackt und das ganze wieder verkauft habe das gibt es nicht ich habe das in ebay klein einzeln reingetan und die leute haben sich darum gestritten das ding ist verkauft der holz nächste woche ab also kein miese gemacht ich suche aktuell immer noch für den einen amg paket kurschlügel auch hier im witten gibt es einen der verkauft nur slk teile krass wusste ich gar nicht hat mein dhl fritze gesagt anrufen amg paket habt ihr so was da haben wir da hat mir ein preis genannt da bin ich umgefallen und die vordere stohlstange ist nicht dabei die hintere und schweller dabei also benzin gold alu amg paket ist das teuerste was es gibt gerade ehrlich kommt mir so vor es ist krass habe noch ein paar sachen ebay kleinanzeigen reingetan weil ich ein bisschen am ausmisten bin guckst du in ebay kleinanzeigen rein und was findest du einen amg paket frisch gerade reingetan hintere stochstange kostet 300 euro aber nicht alles mit nimmst bis zu 400 ok vordere stochstange mit den seitenschwellern der hintere stochstange er meint ja ich komme vorbei ja und das machen wir jetzt auch hier morgen junus morgen angekommen grüß dich in duisburg da bin ich hingekommen und er begrüßt mich schon mit namen was geht da jetzt ab hier ja da kannst du mal sehen wie klein die welt ist so sieht es aus wie geht es mir geht es bestens wie geht es dir auch gut auch gut wenn ich hier reinkomme hier steht ein dicker bands ich glaube das ist auch keiner und dann sehe ich das hier ein slk 230 genau 230 kompressor v facelift 193 ps und dann noch amg optik also amg paket hat kein optik also ist amg paket ich finde den auch in silber sehr sehr schöne ich finde auch sehr klassisch das passt einfach zu mercedes genau genau finde ich auch die hintere optik dann amg auspuff wie dezibel hast du gesagt 84 dezibel sind sogar eingezahlt können wir den mal her ja sicher doch ein kaltstart des grüßes der hört sich brutal an wie bist du slk? slk bin ich sehr zufrieden macht keine probleme sehr sehr geil in den kurven schön wendig aber ich sehe schon tiefer gelegt vom berg auf amg ist einfach liebe wenn ich ja so gleichgesinnte hier sehe so weißt du dann freut mich das hier ehrlich ja ich schau ich hab dir gar nicht gedacht was der jonas ist ich sehe nur kfz vorzis dann dachte ich mir oh nein der ist doch nicht der ne dann dachte ich erstmal doch der kommt mit kamera oder doch nicht ich wollte eigentlich mit der kamera aber dann hat es doch irgendwie nicht geklappt was hast du für mich hier kommt ich zeig euch mal was ich hier habe ich habe einen originalen Mercedes SLK Body Kit mit zwei seitenschweller Stoßstange und Heck Stoßstange leider Stoßstange hier ein weg aber machbar es ist machbar genau und das problem ist Leute ihr findet diese Stoßstange nicht und wenn dann müsst ihr tief 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 in die Tasche greifen allein bei Mercedes die fordere 752 Euro plus Mehrwertsteuer wenn du die nur kriegst was ich sehr sehr schön fand bei dir du hast das Innenleben noch komplett ne ich habe auch Stoßstange gefunden was eigentlich auch in dieser Preiskategorie ist aber du hast kein Innenleben das musst du dann alles umbauen oder musst neu holen du musst dann alles wieder extra holen und hast nicht Geld und das ist mit Mehrkosten verbunden das ist der 4Facelift AMG genau das ist der 4Facelift der AMG er sieht wiederum ein bisschen anders aus der hat andere Nebelscheinwerfer die sind viel breiter die 4Facelift haben einen kleinen Nebelscheinwerfer ja und hier sieht man auch schön also sind die Seitenschweller und die hintere Stoßstange eigentlich fast gleich mit dem D-Stift die sind sehr identisch nur die Front haben die mehr sag ich mal ungern hast du mal ein AMD Paket gesehen 200 Euro ich sag euch eins wenn ihr was kauft dann steckt ein bisschen mehr Geld dann habt ihr es vernünftiger da habt ihr gesehen bei Yunus selber dass das nichts bringt klar kann man das einmal versuchen aber man zahlt dann wieder zwei ich hab auch gelernt ich hab das schon verkauft weißt du was das schöne war auf den Bildern sah das so geil aus ja dann kriegst du das dann denkst du dir erstmal das ist Papier genau und echt beim anpassen ging das schon kaputt das stimmt das stimmt das ist schon krass wie man natürlich hier unschwer sieht muss man das ganze reparieren hier haben wir nur ein bisschen darum war dein Ausruf auch so ein bisschen krumm das habe ich gerade auch gesehen genau das stimmt hier ein Logo da seht ihr das genau das ist wichtig das das Original ist AMG Heckschürze R 170 genau und das müsstest du bei allen haben genau das habt ihr genauso hier vorne links genau bei den Seitenschwellern hier innen sind da haben wir das auch willst du den Preis sagen wie viel du den verkaufst für die komplette Schürze habe ich für 400 Euro also komplett was dir ist also super Preis kann man nichts sagen ihr braucht da ordentlich runter handeln sorry Leute für die Qualität hier ich muss das jetzt schnell mit dem Handy aufnehmen ja aber spontane Sachen sage ich mal sind die besten Sachen sind die besten so ist es es ist natürlich sehr viel dran ich sag mal so zum Glück ist das nicht in kleinen Teil zerbrochen dann könnte man das gar nicht battlen das ist nur im groben Ganzen ja ich denke mal Yunus wird das schon schaffen der ist ein Meister ja aber Karosserie das ist nicht mein Fall egal dann lernst du mal was Neues mit dazu ja guck ich mir ein paar Youtube Videos vielleicht lerne ich damals genau so wie wir echt sympathisch der Kerl hier so dann machen wir das Finanzielle und dann sind wir schon wieder weg bis dann dank dir nochmal ne kein Thema bis dann ciao SLK steht wieder Eidosch du weißt letztens wo ihr stand haben wir unser super geiles Body Kit ausprobiert ähm Fake Fake wir haben natürlich paar Macken das haben wir gerade auch gesehen aber ich zeig euch das mal richtig hier zum Beispiel seht ihr hier haben wir einen Riss dann haben wir hier oben noch ein paar Risse hier ist die Farbe nur ab dann haben wir hier an Seitenschweller haben wir hier einen Riss das ist auch eigentlich sehr leicht gemacht dann haben wir hier glaube ich nichts mehr ne sonst ist dann noch in Ordnung hier ist ja auch noch in Ordnung aber vorne ist natürlich am schlimmsten hier fängt das ganze an Eidosch hier entlang kompletten Riss sogar eine Beule dann haben wir hier einen Riss schön hier haben wir einen Riss komplett bis unten hin das siehst du ne ja hier auch noch das war's mehr nicht nur so wenig nur so wenig packen wir doch jetzt drauf probieren wir mal aus ne na klar wir müssen den Vergleich sehen das ist ja schon mal weißt du wenn du schon originalen hast guck doch mal schon mal wie der drauf passt pfuuuuh das sieht doch schon ganz anders aus ne definitiv ja natürlich muss man das reinstellen hat aber komm jetzt möchte ich die Seitenstelle ausprobieren das sieht schon ganz anders aus ne auf jeden fall auf jeden fall also ich finde so jetzt kommen wir zu der hinteren Vorstand mal gucken wir uns selber Arbeit geleistet hat hier ob das hier so passt abstände passen hier sitzt der auch nicht ganz aber ich glaube das muss man halt einfach noch ein bisschen einstellen guck mal die Schraube hier aber weißt du was das sieht schon ganz anders aus guck mal drauf guck dir das an guck dir das an was Cellcanabi da gemacht hat guck dir das an jetzt gehts da drinne gerade war der nicht drinne die Seite ist jetzt drunter ja auch hier hier kann man noch ein bisschen einstellen ganz ja ihr kommt jetzt wieder raus natürlich ne mhm Alter hast du irgendwas für mich hier was ich so ein bisschen kleben kann hier ganz kurz Dankeschön ja hier passt ja nicht weil die Schraube nicht ablässt du merkst sofort dass das original ist ne passt sofort ne das passt sofort halt jetzt fack mal dran ach komm vorne war ich auch noch kurz aber du hattest recht die Heckstorfstange sieht ähm der andere war ja voll fake wenn ich jetzt so den hier betrachte das andere ging gar nicht ging gar nicht ne never schwarz silber gemischt sieht irgendwie cool aus malbar malbar hier special hier weißt du was jetzt das coole jetzt ist was du normalerweise hat der Facelift modell anderen AMG Paket wir haben jetzt den vor Facelift hast du gesagt ne aber passen tut er trotzdem aber passen tut er trotzdem aber passen tut er trotzdem ok passt er das ist ja allgemein da haben wir nichts geändert also ganz ehrlich wow Guck mal, wie sportlich der jetzt schon wirkt, Eilosch. Auf jeden Fall. Und, wie sieht der von hinten aus? Sehr schön. Ganz richtig. Mach auf den Weg. Geil. Das ist doch nicht so, Stammel. Der andere war so viel zu aufgeblasen, so voll bullig übertrieben, oder? Guck mal hier, das finde ich ja schön, ne? Und jetzt musst du dir vorstellen, wir haben sofort die Aussparung für Doppelausbruch vor. Das heißt, er kriegt ja auch noch einen Doppelausbruch. Natürlich. So AMG-Style. Von Novos. Ihr könnt da draußen entscheiden. Dieses AMG-Paket oder das andere. Also die hintere Stoßnahme ist kein Problem. Das ist auch kein Problem. Aber hier, ne? Vorne ist eine Herausforderung. Vorne ist eine Herausforderung. Weil der viele Risse hat. Also vorne hat er echt viele Risse. Der hat schon viel Risse. Aber das ist der auch so. Das ist so eine Stoßstange, die kannst du nicht wegschmeißen. Ihr wisst nicht, was es kostet. Was kosten die Dinger? Ne? Haben schon ihren Wert. 500-600 Euro. So eine Stoßstange, wenn du die überhaupt findest. Das Geile ist, wenn du Ebay-Kleinanzäge schaust oder Ebay schaust. Du hast vielleicht 5 Stück zur Auswahl. Und was passiert? Ist die Anfrage hoch? Kostet es. Hm. Das andere haben wir wieder für 200 Euro verkauft. Dann habe ich eigentlich noch 200 Euro drauf bezahlt. Und habe eigentlich diesen AMG-Paket gekauft. Also sprich für 400 Euro. Nichts Doppelzahlen hier. Das sieht doch geil aus. Leute. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Da kommt noch das Grill. Hier kommt noch das Gitter. Hier Nebelscheinwerfer. 170 Euro das Stück. Das hat ja jemand welche. Also wenn einer hier für den hat. Ja, glaube ich nicht. Aber wenn einer Nebelscheinwerfer für den hat. Die irgendwo rumliegen oder so. Die sind ja nichts wert. Also wenn er jetzt da jetzt verstauben tut. Dann schickt die lieber. Ich habe ja auch geguckt, was so ein Festliff Stoßstange kostet. Damit ich eben wieder auf Festliff umbaue. Komplett. Ich glaube das nicht. Stoßstange 200 Euro. So durchschnittlich. Dann gibt es auch günstigere. Aber ohne Leisten und ohne Innenleben. 200 Euro wollen die dafür haben. Das ist krass. Und eine komplette Stoßstange bezahlt ihr auch 300-400 Euro. Dann lieber das. Kriegst du hin, oder? Mach mal ein bisschen Mut hier. Schaffst du schon. Das schaffst du. Jetzt können wir eigentlich weiter machen. Wir haben zwar den Vor-Festlift. Aber irgendwie hat das was. Wir werden die Tage sehr viele Sachen einbauen. Sehr viele erneuern. Ja. Ihr müsst euch vorstellen. Alle Gelenke an diesem Fahrzeug. Plus Fahrwerk. Plus Reifen. Plus Inspektion. Alles kommt neu. Alles. Also wir haben glaube ich, bis auf die Stabbis haben wir eigentlich alles da. Die Stabbis muss ich noch gucken. Ich weiß gar nicht wie die Stabbis hier aussahen. Ja. Gewindefahrwerk kriegen wir. Auspuffanlage. Was? Das wird geil. Ich freue mich auf dieses Projekt. Jetzt fängt es endlich an. Und dann schenkst du mir den. Was? Und dann schenkst du mir den. Schenken. Du musst lauter reden. Schenken. Weißt du, ich habe letztens, wo Serkanal so geklopft hat, ne? Seitdem habe ich. Irgendein Ohrfragen. Habe ich was im Ohr so. Ich weiß nicht. Ne? 7000. Geschenk. 7000 meinst du? Geschenk. Können wir reden. Können wir reden. Ich habe mal wieder so 2000 Euro Mehrwert. Weiß Bescheid. Weiß Bescheid, ne? Schenken. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich ein Like freuen. Äh. 400 Euro waren auch nicht grad. Aber. Bleibt gesund. Eure Kfz. Bis dann noch rein. Schauen. Alter, ich mach erst mal da und dann mach ich so. Was soll ich machen? Nochmal K-Prom hier. Das sieht cool aus. Das sieht sportlich aus. Das hat was. Das hat was, Alter. Hab ich Geschmack oder hab ich Geschmack oder hab ich Geschmack? Willst du mir draufs Bild? Nee. Nee. Das hat ja sein können. Das hat ja sein können. Ich bin halt schon. Ich bin nicht sicher. Das hat war ja equations. Das hat ja sein können. Das hat ja sein können. Wenn du denkst. Das hat ja sein können. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann.